In dänischen Ostsee-Gewässern blubbert Gas an die Wasseroberfläche. Die Pipelines Nord Stream 1 und 2 haben an mindestens drei Stellen Lecks. Diese Videoaufnahmen stammen vom dänischen Militär, das die Umstände nicht weiter kommentiert. Das tun andere. Das ist wahrscheinlich eine vorsätzliche Tat. Es handelt sich wahrscheinlich um Sabotage. Ähnlich äußern sich etliche EU-Spitzenpolitiker sowie die NATO-Spitze, ohne jedoch direkt einen Verdacht zu äußern, wer dahinter stecken könnte. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass es ein Staat ist, wie er sonst könnte in 70 bis 90 Metern Tiefe an mehreren Stellen Stahlrohre sprengen. Seismologen bestätigen, dass es kurz vor dem Druckabfall in der Nacht zum Montag zwei heftige Detonationen in unmittelbarer Nähe zu den Gasleitungen gegeben hat. Die Ukraine und Polen verdächtigen Moskau, das aber jede Verantwortung dementiert. Weder Russland noch Europa hätten etwas vom Ausfall der Pipelines. Dann am ehesten noch die USA, deutet ein Kreml-Sprecher an. Washington sagt zeitgleich den Europäischen Verbündeten Hilfe bei der Energiesicherheit zu. Und, Zufall oder nicht, eröffnet einen Tag nach dem Auftreten der Lecks in der Ostsee die neue Baltic-Pipeline von Norwegen über Dänemark nach Polen. Eine Alternative zu russischen Gasimporten. Die Baltic-Pipeline ist das Gegenteil von dem, was Wladimir Putin als Kriegsinstrument einsetzt, das Gegenteil von Nord Stream 1 und Nord Stream 2. Von Polen aus könnte das norwegische Gas dann weiter verteilt werden. Der Sabotageakt würde, so gesehen, vielen nutzen, nur nicht Moskau. Alleine der Verdacht, es könne ein Angriff eines westlichen Verbündeten sein, aber sehr wohl. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.